Willkommen bei DEWI DADDELN! Heute haben wir uns vorgenommen, ich baue eine Mob-Trip... Heißen wollte ich sagen, ne? Ich bringe immer Äpfel mit. 3 Stücke sammeln. Ein Stück sogar. Weil lange überlebe ich nicht ohne Duft. Wir machen 3x3, ne? Also ich mach jetzt hier erstmal so einen Steinboden und hier drum herum wollen wir dann Gas machen, ne? Ja, erstmal komplett Steinboden, drum herum komplett. Schließend, äh? Ich guck wieder, wie die Daube springt ins Wasser. So, willst du essen? Guck mal her. Warte? Ja. Ich hab ins Wasser geschmissen. 4 Stück sind nett. Guck mal einen wieder werfen, wie ihr sagt. Machst du einen wieder? Ne, einen mal. Na gut, ich weiß ja eins nicht. Ja. Danke. Nicht hinwegschmeißen. Wo hast du gemacht? Ja, ich bin hängen geblieben. Scheiße, jetzt bin ich ersoffen. Oh ne Kacke! Hattest du viel Zeug? Ja, ich hatte sehr viel Zeug, es liegt da jetzt irgendwo auf dich. Ich kann ja nicht hin so gut. Wo ist denn das? Da unten ist alles, denk mal. Oh nein! Ist der halt so tief. Ja, ich krieg da schon hin. Bauen wir weiter. Am besten nie Leben verlieren. Zwei Herzen verloren. Boah, das hat sich mal gar nicht gelohnt. Der Rest ist irgendwie weg. Wo ist denn das? Ich hab dich schon geholt, guck mal. Ich hab schon was geholt. Ja, schau mal. Freitag voll. Gott! Bau du mal weiter, ich guck mal, ob ich da runter tauchen kann. Boah, ich komm hoch in der Zeit. Oh, der geht ja fast nach oben. Oh, komm, wie hoch sieht der? Das hab ich noch nicht gesehen. Guck mal. Ja, das Ding ist gigantisch. Nee, guck mal. Ich hab nur die Fronten gesehen. Grüße an. Ja, das Ding ist auch mega verzweigt. Da drin sind wir. Ich würd nicht so weit da hin, weil da hinten sind auch so Fische, die schießen auf dich. Ozeanwächter. Kann ich da rein gehen? Ja, nur... Doch, könntest du aber. Wird gefährlich. Ohne Rüstung vor allen Dingen, weil die Dinger machen Fett Damage. Ich wollte nämlich den Schwammes holen. Da könnte ich viel weiter machen. Ja, du wolltest jetzt den Ozean hier näher machen. Oder die. Ich würd ja... Huh! Da ist schon... Da sind sie schon. Ja, da wollte ich mich... Das wollte ich einfach verhindern, indem wir uns da hinbauen eigentlich. Du graben wär schneller, ey. Ja, aber jetzt bauen wir doch hier schon. Ja, ja. Das muss man auch durch. Ist das so? Ja. Wir kriegen das Wasser überhaupt durch den Gang raus. Hier? Ja. Indem wir... Mal weiter zu bauen eigentlich. Nö. Dann geht ja... Was denn mit der Tabelle drin? Deswegen? Da braucht man Schwämme, oder? Einmal. Es sei denn, wir sagen jetzt... Okay, wir bauen jetzt einfach nochmal ein Stück nach unten. Hm. Komplett. Mit Leitern. Ja, müssen wir machen. Das sind jetzt alles so lange. Ja, ich glaub. Wir sagen, wir gehen jetzt durch nach unten und dann... Nee, ich mach jetzt hier zu. Wir können jetzt immer noch rum. Wir können später immer noch machen. Naja. Ein Projekt, das uns quasi später angehen wird. Vielleicht. Dann mach du mal zu. Hab ich. Gar nicht. So? Nein, es ist noch Wasser nach. Du hast... Du hast... Du hast... Du hast ja auch schon Wasser. Du hast ja auch schon Wasser. Du musst hier zumachen. Ich brauche dich da ein. Nein! Geh weg! Weißt du, es ist immer noch Wasser. Weil es einfach noch nicht zu ist. Jetzt ist es zu. Ja gut, warte dann... Warte, geh mal hier weg. Dann machen wir hier so ein 3x3 Loch auf. Dann kann man auch später... Runterspringen. Dann machen wir unten da so ein Wasserloch rein. Irgendwie. Ja, okay. Das ist schon schlecht. Ja, warte. Hat jetzt einer von uns weiter mit? Naja. Wir haben hier mit dem Example-Table. Warte. Ich weiß nicht. Und ich hab Polsterband. Ich hab kein Bounder. Ja, wie viele denn? Nachher kümmern dich hoch. Das geht schon. Ey! Das ist vorgelaufen. Ah, hier ist Kohle. Aber das ist ungut. Wie weit runter müssen wir denn? Weiß ich nicht. Mach einfach jetzt mal ein Stück. Mach mal ein bisschen Licht mal. Mach was. Hallo. Oh. Ich hab's nicht gedacht. Wie sie gerade runterging gerade? Ich glaub, das ist eine scheiße Idee, falls unter mir da war. Korrekt. Das ist der Klassiker. Fette Arschkarte. Das nur reinfällt. Ich glaub, es sind auch schon dick genug. Ja. Wow. Alter. Hallo. Kannst du aufhören damit? Haha. Ist ja gut. Ich werde dich einfach machen. Ich hab's abgebaut nach oben. Toll. Alter. Wann machen wir denn? Ich weiß, reicht jetzt. Stopp. Wir sind tief genug, glaub ich. Du hast eine Fehler gemacht. Guck mal. Wieso? Was machst du da oben ab? Oder hast du das weggebaut? Was bringt das denn? Oh. Hast runtergerutscht. Achso. Was machst du das? Was machst du das? Genau. Schlag dich selber damit. Ich seh nicht, ob das bei mir Korbis zu einer Germit ist, wenn ich jetzt nicht auf den nahe mache. So. 1, 2, 3. Erwarte hier die Kante. Wir fehler. Ich bin fauler als du im Springer hoch. Du brauchst das selber nochmal wieder ab, oder? Direkt. Ich muss laufen. Ist ja gut. Wir machen jetzt fertig. Wir müssen es nur noch ungefähr 3 Stunden lang schneiden, dann kannst du starten. So. Ich würd sagen, dann warst es erstmal für dich auf. Bleib einfach schön in diesem geilen Loch hier und hier sind wir auf jeden Fall safe und wir machen auch einfach das nächste Mal weiter. Starten wir da auf hier? Ja. Wenn du so speicherst, dann starten wir hier. Okay. Ich muss gucken, wo fängt wo. Mach einfach mal sicher. Hast du? Weiß nicht. Oh mein Gott. Was für eine schwarze. So. Geil. Machen wir uns noch ein bisschen Karibik-Flair. Ja. Schöne Sandbank. Warte Gott. Du kannst nicht leben. Gute Nacht. Du kannst auch vor Pflanzen gesessen. Warte Gott. Dreh-Tunseln. Egal. Den kann man doch nicht arbeiten. Jetzt ist doch Sandsteintrottel. Dann, was billig kann man auch bei dir gehen. Du. Ensi'. So. Gutes Nacht. Gutes Nacht. Okay. Das ist nur so, lass uns ja zu knattern.